So hat sich Brawl Stars von 2015 bis 2022 verändert. Damals sahen die Brawler ganz anders aus. Ihr seht hier mal die Shelly 2016 Version und zum Vergleich natürlich die aktuelle Version. Auch hat sich das Logo eben von 2015 bis heute total verändert. Damals hieß auch Brawl Stars noch Slugfest und gar nicht Brawl Stars und hat ein komplett anderes Logo. Das Gameplay war natürlich auch komplett anders. Hochkant und nur ein Knopf zum Bewegen und Schießen. Und damals gab es komplett andere Boxen wie zum Beispiel diese hier.